Blut verströmten Wege und ich ahne Schreckliches. Ich ahne sehr Schreckliches. Und ich weiß, dass ihr mir verzeihen werdet, wenn ich jetzt einfach nur durchlaufe. Natürlich werde ich die Viecher auf dem Weg besiegen. Das ist ja logisch, aber ich werde dich jedes vierzeichen erkunden, das ist dann einfach... Ich möchte das Spiel erstmal durchhaben und dann können wir das natürlich gerne nochmal nachholen. Diese Clown-Damon, also ab jetzt ist wirklich alles blind, ab jetzt weiß ich gar nichts mehr. Weil hier hat das so unheimlich gelackt früher auf meinem Laptop. Unheimlich rumgeruckelt. Ging gar nicht, also... Ich habe keine Ahnung, drei oder vier Minuten gebraucht um einen so viel zu besiegen. Erstens, weil ich Einhandwaffen hatte. Und zweitens war ja keine Ahnung. Ich habe so langsam angegriffen. Aber mir hat das Spiel früher wirklich Spaß gemacht, sonst hätte ich es ja nicht mit 15 FPS bis dahinter geschafft. Obwohl das eigentlich ganz... ganz lockig gechillt herum geht. Wir haben ja eh unendlich Mana durch den schicken Mana Entzug. Aber ich muss schon sagen, Karlsgras hat Damage gemacht. Hätte ich nämlich die 75% Magieresistenz nicht gehabt, wäre ich instant tot gewesen. Der hätte mir ja über 50% abgezogen mit einem Hitt. Was auch noch mich da gehittet hat. Das müssen ja ein paar Bäumchen gewesen sein, die da waren. Ist aber eine nette Umgebung, muss ich sagen. So lässt sich's leben. Tja, wer hätte gedacht, dass Sibirius uns hier verraten wird, aber... Tja, ist halt so. Der Spruch heißt ja eigentlich, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Allerdings ist hier der Feind meines Feindes mein Feind. Wenn man Kaskaras als Feind zählen kann. Ich denke, dass ich schon stark genug bin, Tiberius zu besiegen. Ich habe Kaskaras auch locker flockig ausgeschaltet. Das sieht aber schick aus. Ich wollte es mir gerade angucken. Da bin ich erstens schon draufgegangen. So, wo ist hier das Portal? Ganz da hinten. Oh, ein Succubus. Willst du das wirklich mitnehmen? Sieht nicht sehr wertvoll aus. Succubus sind meines Erachtens aber nicht giftig. So. 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 Von der Natur aus. Nähää, bin falsch den Weg gelaufen. jetzt muss ich hier besiegen bogen naja so wo muss ich lang unten lang ja dann einfach geradeaus ist ja easy so damit 33 sind wir haben maximale magieresistenz aber läppische 1100 rüstung aber dafür dass wir zwei händen spät macht es halt nicht schlecht man muss halt ein bisschen der vereinbüsten dafür dass man der mensch raus hat ist überall so ich brauche mehr geschicklichkeit ob ich eventuell mal umskillen sollte bevor ich tiberius gegenüberrede weil mit axt hat dieses schwert ja nichts zu tun also neun punkte rein gar nicht so einfach weiter geradeaus laufen ich habe nichts gesehen blitzfeuer das ist wohl der boss hier auf der ebene ja machen wir einfach die anderen so resistenz gegen blitz 45 prozent resistenz gegen feuer ebenfalls 45 prozent schade allerdings ich hat wieder zaubergeschwindigkeit 50 prozent hat nichts für mich hinterlassen oh oh da waren paar füchern aber natürlich alle mit bravour besiegt total anrichtung guckt aber mich getroffen naja ja ja so ist das umgeboxt ja das sind recht das problem was sein wird ich kann nämlich nicht be weil mein ruhen steinchen doch auf einen anderen weg gesetzt ist mein inventar ist voll naja das hat nur noch gold mit naja ein dämon ich habe keinen platz mehr in meinem inventar alles gleiche ach das ist ein riesen na super so wo ist der punkt da oben links warum merkwürdigerweise alles schon nach vorschuss weiß ich auch nicht und warum wir diese riesen Augenblick auf den sack gehen müssen das verstehe ich auch nicht warum warum master creating warum müsste sich komischen füchern bauen ich habe keinen platz mehr in meinem inventar für geld ist immer genug platz so ich naja ich fight mich hier straight durch wie auch in den vorigen ebnen hallo hallo das schwert also lebensraub habe ich jetzt genug jetzt allerdings fehlt mir die geschicklichkeit ich treffe die bisher kaum noch ich treffe die bisher kaum noch ich treffe die bisher kaum noch ich schätze ich sollte mal wieder etwas von dem ganzen kram verkaufen ja voll die diskriminierung wenn nicht eigentlich schätze ich sollte mal wieder etwas von dem ganzen kram verkaufen ja voll die diskriminierung wenn nicht eigentlich ja voll die diskriminierung wenn ich eigentlich ja voll die diskriminierung wenn nicht eigentlich das kann ich nicht auch noch tragen Tiberius, ich komme. Ich hoffe, da ist ein Stein hier vor, Tiberius. Damit ich zurück kann. Und das ganze Zeug verkaufen kann. Naja. Todes Animation kann man ja jetzt schon genügen. Die brauchen wir jetzt nicht noch einmal anschauen. Noch ein Cycibus. Portal. Ah, perfekt. Gibt es aber wüsste, dass ich hier nochmal zum Schein von Tatren gehe. Was ist eigentlich mit der los? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass sie sich zu einer Spinne verwandelt. Wieg, zeig mir, was du anzubieten hast. Wow, da war noch ein weißer Handschuh dabei. So. Weiß nicht, soll ich jetzt nochmal die Talente verlernen oder nicht? Wäre halt nice, aber dann brauche ich hier halt die Punkte und nicht hier drüben. Erhält den Charme mit zwei Handwaffen. Erhält den Widerstand. Eigentlich brauche ich die Punkte hier drüben nicht. Erhält die Blockchance. Erhält den Charme mit ein Handwaffen. Ich brauche die Punkte hier drüben. Ah, so können wir ruhig lassen. Ähm. Egal. Die Halle der Entscheidungen. Wo bist du, Tiberius? Da muss ja irgendwo sein. Da ist ein Schrein. Jetzt ist mein großer Moment gekommen. Mit der Hand Gottes werde ich die Dämonen beherrschen und mir die Welt untertan machen. Nein! Wenn du das Amulett benutzt, bedeutet es deinen Tod. Stopp den Wahnsinn, solange es noch nicht zu spät ist. Ach, deine Lügen halten mich nicht auf. Sieh her, Dämonenfürst. Und damit ist Tiberius tot. Genau hier gegen die Fremse, wo schon dein Vater macht hat. Was hast du mit meinem Vater gemacht, du Monster? Ha, ha, ha. Das wirst du nie erfahren. Du redender Mensch. Er hat verdammt viel Ausweichchance. Das merkt man. Oder ich habe verdammt zu viel wenig Geschicklichkeit. Aber Tiberius ist tot. Tja, er wollte ja nicht auf Targon hören. Hat also mit den Konsequenzen rechnen müssen. Hauptsache ich treffe den Typen, wenn ich ein bisschen Leben verloren habe. Und wenn ich mein Leben wieder bekomme. So muss sein. Ja, Heiltränke kann man immer benutzen. Hauen wir mal rein, bevor wir ja wirklich noch sterben sollten. Aber sieht gut aus. Leider ist er ein bisschen zu groß. Ich würde gerne ranzcrollen. Er hat ein richtig gutes Schwert, muss ich sagen. Das hätte ich gerne. Sieht aus, als ob es ziemlich viele Lebensraub wieder gibt. Oh, lassen wir mal Luna hier unten. Kann man uns auch das Gesicht von dem Kleinen angucken. Erinnert mich ganz kleines bisschen an Diablo. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Und das Problem ist, dass der Typ einfach mal verdammt viel Ausweichrate hat. Oder, ja. Er hat verdammt viel Ausweichrate. Es ist gut, dass sie kritisch drauf sitzen. Immer. Er ist gleich tot. Was für schöne Handschuhe. Ob es die auch in meiner Größe gibt? Schick, schick Schade, leider nichts für mich dabei Aber ich könnte mir den Angriff hochschrauben Und ein bisschen den Schaden noch So, Zeitpist, das Spiel beendet wird Eine Sekunde, null Ende Dann lasse ich mal das Auto abspielen Nein, hast du denn nicht zugehört? Wenn du das Amulett benutzt, wirst du sterben Genau wie Tiberius Ich weiß, aber ich habe keine Wahl Es muss doch einen anderen Weg geben Wir stehen oder fallen Aber unsere Wacht darf nicht scheitern Nein, Luna, was tust du? Nein Luna hat sich mit der Hand Gottes in das Dämonenportal gestürzt, um Targon zu retten Na, jetzt laufen die Credits ab Und man sieht noch so ein episch, grafisch Ein episch gezeichnetes Bild Und schön traurige Musik Die einzige Lichtelfe, die es noch gab In Ares hat sich geopfert Es ist auch ein bisschen Schade Ja, Cosma Shiva Hagen war, glaube, die deutsche Synchronsprechende von Luna, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist aber leider auch der einzige Name, den ich mir gemerkt habe. Ansonsten habe ich von den ganzen... Guido Zimmermann, den habe ich schon öfter auch mal gehört. Ja, Publisher, DTP Entertainment AG, Executive Producer, Matthias Reichert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Schwierigkeitsgrad hier, ohrisch, wurde freigeschaltet. Drücke Escape, um fortzufahren. Ich drücke jetzt Escape. Luna lebt wieder. Wer hätte das gedacht? Ja, jetzt könnte man alles noch mal von vorne durchspielen. Ich schaue gleich mal kurz vor, das muss irgendwo gleich eine Krähe sein. I don't know, war einer. Soll? Okay. Welches Level hat die? 31, 33, ja 31, entschuldige. Ja, wurde also, genau wie in vielen anderen Spielen, der Schwierigkeitsgrad erhöht. Die Level angepasst, die Items angepasst. Guck mal, ein Ronenstein. Ich muss runter zum Kloster. Was kümmert mich dieser alte Stein? Ja, wir werden... ...einfachen Steine. Es sind Ronensteine, die seit jeher jene am Leben erhalten, die sie zu Nutzen vermögen. Was genau ist geschehen? In der Nacht hat... Wie habt ihr überlebt? Als... Was können wir denn jetzt tun? Es gibt nur eine Eins... Wo kann ich die Hand Gottes finden? Niemand weiß, wo sich die Hand Gottes... Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Schön, dass du dich gleich auf den Weg machen musst. Und da, links, da, unten sieht man den Ronenstein. Da ist... Das Ende! Ich kann jetzt gehen, ich bin... Ach, nee, warum kann ich jetzt gehen, ich benutze? Und die vier sind so stark. Unglaublich. Ich hab aber... Hm. Trotzdem ist sie so mächtig. Schade eigentlich. Ich hab irgendwo mal gelesen, dass man nach einem... Schwierigkeitsgrad mit der Hand Gottes spielen kann. Werden wir mal speichern. Speichern, Ben. Ich glaube, ich komme auf ein Titelbild. Ich werde mal gucken. Ich glaube, ja. Müsste sein, ja. So. Das ist der Titelbild schon. Ich glaube, den habt ihr am Anfang schon einmal gesehen. Ich muss mal ganz kurz fortsetzen. Mal gucken. Ob man noch in den alten Modus... Zurückswappen kann. Leif. Kann man leider... Leif. Jetzt hab ich mir die Schuhe ausgezogen. Okay. Ja, ich hab zwar gedacht, ich möchte weiterspielen, aber... Nur wenn ich die Hand Gottes habe. Und die hab ich ja nicht. Hat der Max voll da geklopft. Gut. 633.000 Gold. Hm. Ja. Damit ist Legend Head of God abgeschlossen. Ich wollte jetzt noch kurz hier in dem Modus heroisch gucken, ob irgendwas anders ist. Aber alles genau das gleiche. Wir sind über die ganze Map hier gelaufen und irgendwo hier unten und überall und was weiß ich nicht alles. Da haben wir ja keinen 100% Run. Da ich dachte, ich könnte das jetzt noch machen. Aber egal. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war ein wirklich spannendes Spiel. Ich hätte also früher, wo ich das gespielt habe, nicht mehr viel gehabt zu Tiberius. Aber egal. Ich hab's jetzt nochmal gespielt. Ich hab euch das Let's Play bereitgestellt. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs weitere Einschalten von weiteren Projekten. Und wünsche euch viel Spaß, falls ihr noch ein paar Folgen anguckt. Ja, auf dem Vornamen. Macht da immer wieder Spaß das Spiel. So. In dem Modus heroisch werden wir uns jetzt verabschieden. Haut da rein. Ciao, ciao. Und damit ist Legend Hand of God beendet. Tschüss.